Hallo! Herzlich Willkommen bei Crocodile Hunter! RIGGELF! Hier ist wieder der Crocodile Hunter! Heute sind wir auf der Suche nach der gefährlichen mongolischen Gobelschlange! So, dann müssen wir heute gucken, weil die wohnen nämlich hier in Büschensohn, die ist nämlich ganz schön giftig. Dann müssen wir aufpassen, nicht wahr? Komm mal, hier rüber, komm doch mal her! Ja, genau, genau, da ist eine, da ist so ein Ding hier, so eine Schlange hier! Pass auf, ich muss sie im Kopf ergreifen! Oh, was ist die Scheiße! Oh, ja, guck mal, die Giftszähne hier! Du sagst, du musst aufpassen! Oh, die wachelt rum, nicht wahr? Scheiße! Ja, bleib, bleib, ich muss sie hier! Guck mal hier, die Giftszähne hier, du musst aufpassen! Du, die Giftszähne hier, du kannst schon gefährlich sein! Gott, du kannst schon nicht fehlen, wo? Dann bleib hier, oder? Scheiße! Oh, oh, nein! Scheiße! Scheiße, komm her! Warte, die wisch, die wisch! Ja, komm her, komm her!